Spannung! Wo war denn ganz nirgends? Einer da, einer dort. Oh, gar nicht so übel. Einer an Old Gas, einer an der normalen, neuen Tankstelle. Ach so, und der eine ist glaube ich der, wo man die Uhr rausholen musste. Wie laufe ich denn jetzt? Saliva brauche ich auch noch, siehst du? Pile of Mets kann man auch immer gut bauen. Bin ich auch nicht abgeneigt. Spratz! 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 Dieser blöde Boller da hinten. Ich denke jetzt mal an der Schiene und da steht einer. Mit Helm. Schlüssel? Nee. Aber auch nicht übel. Hä? Was ist das? Was kann das, mein Schatz? Ich weiß nicht, ehe ich das Intelligenz-Dings da fertig habe. Die Powerbank da jetzt wirklich. so wichtig ist. Oh, ich lass erst mal. Ich merke schon wieder, wie ich langsam verkrampfe. Ich merke schon wieder, wie ich langsam verkrampfe. Ich denke sie nicht an, wie ich langsam auch immer kreifen darf. Ich werde jetzt noch einmal verkrampfeieren. So kannst du nach Ganzen. Ich habe mich sofort wieder kreifen, wie ich immer wieder kreifen. Ich werde jetzt kommen mit Garten. Ich werde jetzt ein besonderes Chef. Ich werde jetzt mal. Ist das Pikret oder was ist das? Also das Audio, ich... Schöpft da jenen, schöpft jenen. Komm hier, Bini auf. Achso, warte mal. Was? Willst du mich verarschen? Mann, das kann doch nicht sein. Haben Skaffnieder geknüppelt, Alter. Ich hasse diese Hunde. So eine Scheiße. Gibt's doch nicht. Das stimmt. Ja, das ist gut. Ich muss hier unten lang. Ja, ja. Ich muss rüber, Constructions, den LKW markieren. Und probieren wir unser Glück. Achso. Klingt schon gut. Oh, da steht einer. Was? Bist du das? Ich bin das hier, ja. Bist verwirrt? Hast du mich grad an... Alter, ich hätte dich was umgelegt. Und das hätte nicht mal als... Ist raus für heute. Viel Erfolg und komm ein gutes Neujahr. Wünsch ich dir auch. Weiß selber. Wir sehen uns. Rutscht gut rein. Nicht so viel trinken. Die Finger von den Drogen lassen. Die Finger von den Drogen lassen. Ich geh hier links an der Wand lang. Okay. Sniper seh ich noch gehen. Hab ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Jetzt hätt man schon gemerkt. Komm zu dir. Mero. Grüß dich. Hier. Ich hab einen schreien hören. Ich will gar nicht gucken. Heute wird alles konsumiert. Ja. Ich will auch nicht gucken. Ich warte, ich hab noch 10 Sekunden. Puh. Die Stimme war irgendwie hinter mir schräg. Ich hab jede Sekunde schon mit einem Einschlag gerechnet. Ja, kommt da was? Ja. Ach nee, das warst du. Oder ich hier an dem Grashalm. Warte, lass das mal hier. Lass mich mal durch. Da will ich eigentlich nicht lang. Ach so. Dann lass mich da lang, oder? Ja, probier mal. Irgendwo da hinten ist der. Ja, ich weiß. Irgendwo. Und man sieht ihn halt nicht. Ey, du den siehst, Junge, bist du schon dreimal tot? Ja, ja. Genau, das ist das Problem. Manchmal stehen die auch in dem Container hier drin. Ja, Opatschki. Wo denn? Alter, er trifft mich. Stirb, du Hund. Warte, ich komm vor. Ich muss vor. Warte, ich muss vor. Ich blute. Ich blute wie ein Schwein. Ey, alter. Flick dich. Oh, ich hab nicht markiert. Ich hab nicht. Oh, sechs, sieben. Ich hab hier nicht. Meine Tasten belegt dich, Idiot. Alter. Erstmal dahinter hier. Schon wieder komplett auseinandergenommen. Ich seh schon wieder raus. Oh, du blutest. Wie das Leiden Christi. Irgendwie. Ey, unter dir ist alles rot. Ja. Oh, lass dich oder vertragen. Alter. Oh, ich hab... Oh, ich darf keine schwere Blut mehr bekommen. Ey, erst mal schätzt er noch übrig. Zur Not. Ich behalte es erst mal. Ich hab ja noch... Ich hab ja noch das... Ich hab ja noch das Grizzly. Aber das ist halt nicht für den schnellen Gebrauch zwischen wo. Ja, ja. Drum. Hier ist doch was. Boah. Alter. Eigentlich... Dem hab ich direkt den Schädel rasiert gerade. Genau so muss es sein. Das ist ein Player. Das ist ein Player. Das ist ein Player. Wo? Nein! Boah. Nein! Hey, das waren drei, Alter. Drei sogar. Aber ein bisschen viel hab ich gemacht. Tag, Amtu, grüß dich. Gibt's bei dir auch Trops? Nee. Ich... Ich weiß ja auch nicht. Muss man sich da anmelden oder muss man da eine gewisse Größe haben? Ich bin doch viel zu klein dafür sozusagen. Ich weiß es nicht. Trops. Du kannst eine Rolle Trops kriegen. Ja. Zu Silvester. Ey, ein erster Pistolenkill. Geil. Hat sich doch schon gelohnt. Ein LKW markiert. Einen mit der Pistole erschossen. Mit 45er ACP. Ja, irgendwie habe ich gesagt.